Perfekt, ich bin zufrieden. Woher weißt du das? Was? Woher weiß ich was? Dass du das reinmachen willst? Ich dachte, du bist nicht so der Mod-Spieler. Ich bin schlau. Hab ich gehört. Hast du gesagt. Das würde ich selbst nicht be- Wow. Das war jetzt ein Front aber. Wo ist er? Space, du hättest vorhin mit mir ihn killen sollen. Da hätten wir die Chance gehabt. Wir hätten durchziehen sollen tatsächlich.